hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video von mir und zwar dieses mal wieder aus dem team projekt zusammen mit dem chris so heute steht natürlich häckseln und kann ich dir was helfen beim vorbereiten die bölder sind eh ohne die Das dauert dann in Silo einige. Und dann verdichten mit der Biestenraupen oder mit der Silo-Raupen. Wo düst du hin? Ich fahre mit unserer KSV-Produktion. Schaut damit es noch keine Mods bezüglich Beifahrer gibt. Sonst könnte ich da mit düsen mit dir. Pack dich mal den Schäfer rein. Denn da halt er steht in der Große. Was meinst du, den Kleinen da? Den Schäfer da. Ja wo soll ich dann hinfahren? Du kannst doch rein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020